Hallo meine Leute und herzlich willkommen zurück bei TTT hier bei Trouveltown und mit dabei sind diesmal der Nils, die Chibun, der Early, der Liquid, der Maru, die Juli, die Dating Dads, Grenz, Dallucat, Kapuze, Kontra, TauTau und meine Wenigkeit. Hallo. Hey, das war ein Mordversuch von, wer ist hier rechts am Eingang? Mordversuch, Early 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 Early. Wo ist er hin? Ne, Grands war das, Ach Grands war das. Was ist er hin? Nein, das war nicht Grands. Grands, doch doch, Grands. Der ist nach oben aus dem Haus. Ja, ich bin doch hier, also bitte. Ich hab euer, ich hab das Fass wieder runtergeschickt. Liquid war oben. Grands hat sich mit nach oben teleportiert. Grands hat das Fass zu mir geworfen und draufgeschossen. Nein, Grands war's Leute. Und Kunrad denkt die Friendship ihm. Friendship, Friendship. Hallo. Schimpfurlob Grands. Also aus Maxi kommst du aber nicht hinweg. Die Archie, die Archie Grands. Aber ich hab ihn, weil ich einfach... Ah, die Wandschrift. Dallucat, das ist mir jetzt nicht sehr klug. Dallucat ist auch in die Luft gegangen, weil die Märtyre losgehen. Oh, guck mal hier liegt ein Schiff hoch. Das war eigentlich nicht so smart vom Dallucat. War der andere der jetzt Liquid, weil er den Grands decken wollte? Super smart. Also ich hab den Dallucat, ich hab den Grands zu decken. Mach mal hier immer noch eine Weile runter. Das einzige was ich bisher gemacht habe, ich bin hier oben, ich bin am Anfang den Schacht hochgefahren und Dallucat hat ein explosives Fass mit mir aufgeschickt. Max ist fast tot. Ich bin einer von euch, Dallucat. Well, ich hab Julie gekillt. Ich bin einer von euch. Max hat Julie gekillt. Ich musste mich eben kurz umdrehen. Dallucat, ich bin einer von euch. Doch Kunrad hat geshoppt. Ich hab das Fass kaputt gemacht. Ja, du bist einer von euch. Ja, kaputt, du bist einer von euch. Der andere ist Kunrad. Was? Ja, geht Kunrad. Was, Kunrad? Warum? Ja, Kunrad, weil sie es an die Wand geschrieben hat. Pam. Dallucat hat's rausgefunden. Aber warum? Dann hat der K geschrieben, dann ist es Kapuze. Nein. Kapuze, ich würde eher fast sagen Kapuze, weil Dallucat, du sagst Kunrad. Bist du blöd? Ja, aber Kunrad hat, also Dallucat. Scheiße! Tschüss. Mann, der hat sitzen dürfen. Kunrad konnt's nicht sein. Sei froh, dass ich mich direkt geschossen hab. Ich hab Kunrad an die Wand geschrieben. Ich hab alle immer durchgeguckt und Kunrad hatte bei mir diesen Waffenbuck, dass du die rechte Hand nach oben hältst. Also, das hätte alles sein können. Was, Kun, was ist die, was ist die Lemon Grenade? Dallucat hat ein Friendship geschossen. Eine ganz tolle Sache. Nein, 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 nein. Er hatte diesen Waffenbuck. Wenn du Leute spectatest, hebt man manchmal die rechte Hand so nach oben. Und dann siehst du nicht, was für eine Waffe er hat. Das ist meistens, wenn du ein Friendship bist. Genau, also auch an die, hier an Early und Kapuze. Es ist jetzt so, dass man bei anderen den Magnetostick nicht mehr sehen kann. Außer derjenige ist Traitor und benutzt ein Item. Das bekommt dann natürlich vom Magnetostick. Der Prop Exploder. Das heißt, wer das Ding in der Hand hat, der ist frei zum Abschluss. Also, wer ein Hotsch... Oh, Grants, du! Boom! Bleibt es aber jedes Mal chillig stehen, bis es losgeht, ey. Natürlich! Ich hoffe, ich habe das so schlecht, dass wir da drauf essen. Hallo, hat es geschmeckt? Ja. Kann ich auch? Hallo, was wird das? Hallo, was wird das? Hallo, was wird das? Hallo, vor allem habe ich nichts gemacht. Gar nichts. Da kommt ein Schrank. Was habe ich da gerade gesagt? Ich gehe da hinein. Hallo da, Lukaku. Oh, wow. Ich bin ein großer Fan. Darf ich ein Autogramm bekommen? So groß bist du nicht. Ich bin der... Autogramm 12 Euro. 30 Euro. Okay, okay, okay. Ist okay, ist okay. Ist okay, ist okay. Kapuze 1,7. Ist okay, okay. Ist okay. Wo sind die? Aber du musst uns vorher schicken. Du, ich hieß auf mich. Du, ich hieß auf mich. Ja, aber einfach nochmal Spaß fahren. Juli, lass das. Nein! Kapuze, sortier meine Arten. An dem Schuch. Vor mir. Also vor 6 Euro. Vor weit. Ist jetzt early gelandet? Hey, wer ist der doofe Schrank? Ich hab wohl Grenze angekommen. Boah! Renz ist der Schrank. Renz ist der Schrank. Renz ist der Schrank. Renz ist der Schrank. Hier über die Brücke rüber Kapuze. Was? Nochmal. Okay. Okay. Ich bin safe. Leider. Ich seh. Nochmal. Gott. Dablu. Aua, mich ist der Schrank aufm Kopf gefallen. Ich dachte... Ich dachte... Ich dachte... Dablu, macht mal wieder irgendwelche Spielchen. Solange keiner sagt, was der Traitor ist. Oh! Tau, Tau! Hat mir! Nummerantam fehlt! Ah! Angriff! Achtung! Weg da! Achtung! Haben wir schon einen verdächtigen. Arme Shigo. Faces? TauTau hat Shigo mit der Märtyla getötet. Ja, hab ich auch gesehen. Ja. Aber ich hab TauTau das direkt erschossen. Ja. Was? Die Kombi nicht verbossen, oder? Was denn? Dead Ringer? Ne, ne. Dein... Dein... Blue... Blue Bull... Und äh... Mit Dead Ringer. Damit... Weil du unsichtbar bist sonst. Und das machen kannst. Da oben liegt der Nil. Ja, aber ich dachte... Mit Kapuze, ihr könnt euch dualieren. Okay, Maro. Wo ist Mero? Wo ist Mero? Wo ist Mero? Wo ist er? Warte. Ist Kapuze dahin? Ähm... Ja, es ist Kapuze. Ja, es ist Kapuze. Wie geht's los? Du bist so fett Liquid! Weiß! Muss man ihm zumachen, da sind betrunkene... Leute vor meinem Fenster. Das ist nicht gut. Wo bist du denn? Da, wo du die ganze Zeit rumgehabt bist. Ach... Ich hab versucht da in die Schusslinie zu springen. So ein Gaune... Wo ist eigentlich die andere Silent Sniper? Ich hab die nicht gefunden. Welche meinst du? Welche meinst du? Unwollung und Aktionen. Es sei das die Supertüster aus der Show. Wenn ich die nicht AWP... Nein, nein... Die müssen weiter unten links. Okay. Man weiß die VSS ne? Genau, genau. VSS links. Fuck Waffen, hier. Oh Gott. Oh Gott. Juli, wo kommst du? Ich komm von der Drehscheibe. Ich, wo du geboren wurdest. genau wird auf der drehreise geboren genau, bin rausgeflutscht und weggeflogen Eich? was ist ein Cased Mode? das ist die Traitor durchzählen das kann ich nicht mehr sein er ist einer von uns Ich glaub Nils das, ich schau ihn ab, ich schau ihn zum Abschuss, ich hab nur ne Plasma für euch. Der Univers mit Plasma gerannt. Weil ich's kann. Blitzrunde die sie verdächtigen. Der Wälder sind jetzt geblitzt. Dalu und Kundran. Dalu und Kundran. Oh, da oben ist schon wer to. Ja Kundran ist umgestorben. Da ist der Maru. Kann ich auch mit ne Blitzrunde aktivieren, wenn ich jetzt will? Wenn schon einer gestartet ist, dann nix. Nein, nur in das Kapuze. Dann mach ich jetzt nichts. Nein, 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 nein. Hartwerk kaputt geht röhlich. Da ist ne Tautru war's, oder? Tautru? Es ist Dalu geblitzt. Kruzifix. Wer hat denn geblitzt? Kruzifix? Ich habe geblitzt. Nils, ja. Also könnte Kapuze es immer noch sein. Ja. Nein, ich bin's aber nicht. Da ist der Maru. Beweis es mir. Maru ist es. Wo versteckt sich denn das? Die Pistole. Maru dort ist grad ein. Da ist die Frage, der fragt. Hey, Ari. Zweite Pistole. Hey. Mein Gott. Ey. Er ist weg. Er ist weg. Was ist das denn? Wofür ich das denn? Ich teleportier mich jetzt weg Kapuze. Okay. Was? Siehst du mich? Bye, bye. Nimm mich mit. Ey. Er ist weg. Dalu ist hier auf dem Dach. Er hört sich. Dalu ist am Da. Dalu ist es. Dalu ist down, glaube ich. Wo ist der Dalu? Dalu hat down, glaube ich. Bestimmt nicht Lerne. Der Dalu war... Mensch. War ja ein toller Blitz. Shigo. Oh Gott, diese Waffe. Was ist mit dieser Waffe? Shigo ist es. Oh, sie ist tot. Ich weiß auch nicht. Ich kann nicht konfirm, sie elikodiert mich. Da ist Maru. Und da ist der Earlyborn. Earlyborn hat sich selbst umgebracht. Nein. Erlebt doch noch. Warum? Der Dalu ist vorbei. Oh shit. Grandship. Grandship. Ging auf Early und Kapuze. Dann war es Liquid. Er wird als letztes über, oder? Ja, ich höre auch hier irgendwo. Hier ist auch noch jemand. Hast du das hier? Ne, das ist Tau Tau. Der vorne war noch jemand. Er hat Musik an. Oh. Der hat ihn. Oh. Der hat ihn. Der hat ihn. Oh. Der hat ihn. Oh. Der hat ihn. Der hat ihn. Oh. Der hat ihn. Wenn Tau 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 safe ist. Mami und Max. Maxi und Juli können sich duellieren. Dann ist es Maxi. Ja genau. Maxi und Gott! Okay, da Tau 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 jetzt gerade gestorben ist, wird es wahrscheinlich nicht Juli gewesen sein. Das ist ja dreist, sowas nicht. Hä. Der hat so freundlich geredet gerade, dass ich ihn erschossen haben könnte. Nein. Ich habe nichts gemacht. Hier? Ja. Maxi ist es auf jeden Fall Juli. Du bist safe. Ist er nicht tot? Er ist unter dir. Er ist unter dir. Ja, ich weiß. Ich habe noch 9 AP. Okay. What? Okay. What's für ein Pumarang her, du Dreckskerl? Voll Jigo. Jigo du. Sorry. Sorry. Oh shit. Das war aber nix. Muss es neben eine Begründung haben? Nö. Nö. Aber es muss halt funktionieren. Also keine Dätis. Genau. Nur Inno. Und du darfst auch nicht Dätis sein. Und nicht Trader. Die Runde so ein bisschen ausmerksam. Wow. Also wenn man selber beschuldigt wurde, dann kann man das ja gut anwenden, um sich selbst zu sozialieren. Ja, aber das Geile wäre doch, er hätte doch auch wenn anders blitzen können. Wäre trotzdem safe gewesen. Ach, ich habe gerade lag. Oh, Liquid. Was ist das denn für eine Woche? Ich blitze, ist Kapuze. Ich habe gerade lag. Okay. Oh shit, da war er nicht. Kapuze, du wolltest die Runde blitzen, ne? Ja, ich blitze. Wem blitze ich? Ja, wen blitzen du? Wen mag ich gar nicht? Ich blitze. Ja, mach doch mal. Nein, das ist meine Shotgun. Kapuze zum Abschluss. Wen noch? Du musst schneller. Die Juli. Nee, blitzen. Ja, genau. So, wen hat er jetzt geblitzt? Tau, Tau und Early habe ich geblitzt. Was? Was hat's noch eigentlich? Natürlich. Du bist auch schon so weit. Ihr dürft nicht reden. Kapuze ist wegen Unfähigkeit zum Abschluss. Du bist geblitzt. Nee, warte, 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 warte. Grenz und Tauter. Grenz und Tauter. Okay. Welch? Ich gesagt. Alter, wow, Grenz. Ja, Maru hat das nicht blitzt bekommen, weil er schocken war. Er musste sich andersweilig konzentrieren, ey. Ich weiß nicht, dass es ein Scherz ist. Ja, das ist mal klar. Er hat ja erst Juli gesagt. Grenz, wo bist du? Er hat erst Juli und Early, hat er gesagt vor allem auch noch. Juli, wo bist du? Dann Early und dann Tauter. Ja, ne. Hat keiner geblitzt? Doch. Grenz und Tauter. Genau. Und Tauter ist anscheinend confirmed. Tauter ist confirmed, den hab ich grad fliegen sehen, der ist verrenkt. Was? Und auf einmal, wo er wieder belebt. Ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Das ist aber wahrscheinlich irgendwo ein Untergrund. Das ist die Suche. Oh, Tauter. Tauter, der ist aber geschickt, ich aber gar nicht. Tauter, der ist aber geschickt, ich aber gar nicht. Tauter, der ist nach und zack. Habe ich. Achtung, Märtyrer. Nils, so geht das hier nicht. Alle safe, kein Problem. Bin ich grad hier aufgeschlagen? Vielleicht sind wir weg? Nee, der ist noch da. Oh. Kapuze. Ja, ich hab den Tauter gekickt. Kann mir wer mal Punkte geben? Das war sehr klein. Nein. Oh mein Gott. Wir können jetzt zum Tauter rufen. McFly is safe. Juli, hast du noch Punkte? Help. Help. Ich hab den Tauter getötet. Ja, der hat nicht mehr gekickt. Natürlich hab ich keine Punkte. War von oben da, wo die Mülleimer stehen. Dalu ist das. Dalu ist das. So wie ich gesagt habe bei der Blickstunde. Ja, Dalu oben bei dem Haus, wo du mit dem Aufzug hochkommst. Aha. Wo ist das? Bei den Mülleimern im Haus. Ah. In dem Mülleimern. Ah, stopp! Das ist Shigo. Ach, nicht schon wieder. Das ist ne Shigo. Shigo, Dalu. Ein wildes Shigo im hohen Gras. Nee, im hohen, richtigen Gefühle, ey. Alter, Early, der ist unten. Der weiß ich noch nicht. Vor unten. Liquid hattest du angesagt. Ja, warte mal kurz. Stopp, das ist ein Maxi. Welche Leiche bei dir, Maxi? Auf die andere Seite? Ja, ich weiß. Maxi, weg da! Maxi, weg da! Hey, Nils. Ähm, Hust. Max, hast du überlebt? Er lebt noch, ja. Okay. Kade. Ich wollt jetzt Early jetzt. What? Wo kommt die? Liquid ist die Runde gefallen. Early, was ist, wenn ich da jetzt drauf schieße? Ja, töt' ich dich. Dann bist du schon tot. Jolie, schieß. Schieß, Jolie, schieß. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Der war das ja! Jungschen, Maxi! Ich, ich weiß ja, dass du nicht sterben konntest Early. Konrad. Oh, dammit. Hugo, du musst hier, du musst springen. Konrad ist es, er müsste gleich wieder im Wiesbom. Ah, Konrad ist es doch! Ja. Dann kann er doch hier unten drüben. Der war das doch, Konrad mit dem Dead Ringer! Du Arschloch! Das hab ich gehört! Hä, war Krenz nicht vorhin geblitzt? Nein. Doch nicht. Was denn jetzt? Ja, Krenz war geblitzt. Ja, der lief da grad rum. Hast du ihn, Maxi? Nein, ich war grad auch ein bisschen verwehrt. Ich dachte, der war schon gut. Also, Konrad ist der Letzte. Konrad ist der Letzte? Ja. Der Letzte Untergrund. Das Letzte. Oh, Mann. Der hat grad Krenz gekillt im Untergrund, deswegen. Der Krenz war ja auch geblitzt. Ja. Der hat ja oben Nils getötet davor. Wo ist er denn? Der ist runtergefallen und das Respawn. Wo kommt der denn rauf, wenn er in den Untergrund geht? Aus irgendein Loch kommt er gekrabbelt. Lech, lech. Im letzten Loch kommt er gekrabbelt. Das kann er sich, glaub ich, auch nach oben porten irgendwo. Übrigens lebt Tau Tau wieder. Was? Super. Der lag hinten am Ausgang vom Untergrund. Hinter dem Haus sind sie. Welch im Haus? In dem großen Haus, wo der Teleporter nach oben ist. Einer hab ich erwischt. Also bei Julie. Nee. Ich weiß nicht. Konrad. Die Grenzen immer. Da hoch. Konrad, Julie vorwischt. Konrad ist ja eine böse. Er schiebt Konrad. Er schiebt Konrad. Julie, Konrad kommt hoch zu dir. Vorsicht. Ja, ich seh ihn nicht. Wo kommt er hoch? Ja, wo kommt er denn hoch? Die Treppe. Ja. Ja. Wo kommt er denn hoch? Wenn die euch mal. Ich guck, ob du. Tschuldig. 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 Tschuldig.